Ich muss da drüben eigentlich. Ich muss da drüben eigentlich. Weil Kevin dachte sich, ne. First pick Kled, das ist Wolf. Und hier. Seid bloß vorsichtig. Seid bloß vorsichtig. Seid bloß vorsichtig. Ey, kann ich nicht Redman dann mal in den gegnerischen Jungle rein? So, ich würde den gerne mal probieren. Ja, ich mach's ja. So, er stimmt. Ich mach Blue. Ich hab ne Scheiße. Ich hab keinen Bock mehr auf alles. Kutschi, Kutschi. Alter Mäuschen, ne. Aber ich find's gut, dass du diesmal im F gepickt hast. Bitte, weil wenn jetzt Kutscha wieder bauen kannst du zur Not mich supporten. Und einfach AP bauen. Moment, was? Weißt du, ich find's gut, dass mein Pick nicht hinterfragt wird. Aber Johnny's schon. Ja, deiner ist erst. Oh, ich dachte in der Lobby halt, du bist Johnny, alter. Du bist dein mit 5, da kann er gar nicht schief gehen. Ich wollte auch trainen, aber Kutscha meint er von Null. Und jetzt muss ich muss fort schon mit spielen. Ja, daran erinnere ich mich aber auch. Kutscha, ich weiß nicht, was da los war. Wer kennt sie nicht? Ich bin mehr wert als Mensch. Ich hab mehr Elf als ihr. Es gibt halt locker welche, die nicht so denken wahrscheinlich. Na klar, ich hab den Elfjährigen. Ich doch auch. Außer ihr da draußen. Kauft mein Merch übrigens. Sieht zumindest, dass alle deine Leute Elfjährige sind und die auch alle der Möcke. Aber einige, du Arschloch. Und diesen Reif als du. Das habe ich schon gegeben. Aber jetzt war ich mal schlecht. Das ist mein Motto. Es ist einfach so schlecht, denn they showed up. Ich merke mich. Ruhig. Nice. Wenn jetzt sogar die Ober. Scheiße, ich hätte 16 Gold. Und noch mal 11 drauf. 27 Gold gemacht. Wann ist unser Power Spike? Immer. Immer. Kommt zu knackig. Ja. Auch Kolossers habe ich mich schon mal zufrieden. Was denn? Damage gemacht. Ah. Ah. Oh. 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 In den letzten beiden Games wurde ich beide mal davon. Sie einfach getötet worden. Vielleicht geht diesmal weg. wir sagen diesen starker zu sagen die kann jetzt gehen auch schon ich komme hier vom bot lane aber gemisst ein guter spieler ist die andere frage beschäftigt eine kiste deutschen aber mitkommen jetzt nicht hier ich habe gerade aufgedeckt da war er nicht danke scheiße was kaufe ich denn mit dem meine face über der seite ist was ich hab mal kurz was ist das momentan die schlechteste will ich mit einem schlechter will als keller hat da muss man sich wirklich sorgen machen als designer ist das so die hartgrenze darunter wird armut ja oder bonnie wie sieht es aus 6 glaube ich nicht wirklich okay hier ließ hier ich sah nicht dann top kommt ob ich jetzt einfach oder so oder mittel aber ich komme auch durch alles bitte ich bin da bin da bin da dann habe ich vertreten wahrscheinlich kann überzeugen genug muss den top seit jetzt hier rotiert kaputt seit der hat dann die grumpt ist aber half life der ist half life der ist half life aber noch kein flash top ok ich komme top ach so fuck oh das ist ein kampf ja aber ich werde die bin das wird dann das tun aber easy ok direkt hoch ja bitte müssen ok go hinterher hinterher nein schön aber alter schönes ding oh bitte miss oh gott oh mein gott ich bin so slow ich hasse diese form wenn ich kill ich renne komm bot kann ich das noch kurz weg oh schön gemacht jungs da holen sie sich aber das 2 gegen 3 da wird gesnackt jungs bin aufm weg seid ihr bereit oh mein gott ich bin der weg jetzt geht alter schon easy mhm fantastisch ich habe übrigens noch heal weil er nicht so wenig beschäftigt mhm fantastisch bist du alleine oder Post-Hilfen glaub ich ne große ne war mein ist aber immer so oder also in dem Moment war du fast immer ob er geht vielleicht na sagen wir mal so die Welfe ist am Tower alles andere steht im Raum alles andere ja so ist es ja ja invade Ionia you said it'll be fine you said runde MF mit Lion Meter so das war so richtig das war Anfang von Season 2 da konnte man das machen diesen extremen fessiven von Speedhards ja das kann man immer noch machen dafür gibt es ja jetzt Ghost ah und die Ulti ist jetzt ja gar nicht mehr ach die Ulti ist jetzt weiss nicht kann man bei Kha'Zix inzwischen alles evollen oder? man kann doch inzwischen eigentlich alles evollen oder? so wenn es halt eigentlich ne ich meine nicht alles im Sinne von alles sondern im Sinne von was halt cool ist gucci richtig hilfreich so ja ja doch jetzt so'n kleinen Trick ja ja aber jetzt so'n kleinen Trick Döner ist Miss Achtung Vorsicht passt auf den Dönergegner ja mein dolly Sound Alter ne ist gar kein Wort Wird ihr eigentlich mit oder ohne Musik? ohne also ich meine ohne diese LoL Musik erzählen wir auch ja dann liebe Zuschauer spielt ihr mit oder ohne Musik schreibt's doch mal in die Kommentare und Däumchen nicht vergessen lass mal rein da optimal das ist doch lächerlich der läuft mich einfach an und dann macht er wieder erstmal Kacke ok warum machen wir die LoL überleben ich sehe dich hier auf der Boklin würde ich sagen also das gehört weil ich ja ich will Peter ah na Moment hier hier äh ah wir haben wo wir schon bei Keywords kann beten komm ich muss mal mit ich helfe euch auf Reis komm auf den auf den komm ich komm ich komme dann gleich mit der Ultimate reinholzen mach noch damage mach so viel damage wie möglich ja ich sterb hier gerade am das war so viel damage wie möglich ja ich renne ich renne ich renne ab oh wow er geht nach unten alles gut gut zur Zeit rausgekläten schritt nach unten tack war genauso geplant was drach 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 noch ich gehe top kein ding hallo 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 wenn sie noch mehr von meiner main performance sehen wollt haha die war schreibt mir mal in die kommentare wer das main spielt falls ihr schon mal in eurem leben main gespielt habt dann lasst jetzt drei kommentare da bitte ich schaff mir jetzt nicht trennt ich weiß das hart mega gewinn spiel minute 9 smash it fucking light button smash it guckt unbedingt bis zum ende an ich weiß das video hat noch nicht angefangen aber liked es einfach schon mal weil es wird ja eh geil ja ihr wisst doch aber das video hat schon angefangen das ist halt echt so ja da ist der solar wieder am lügen ne bearsch mit zuschneider mach ich jetzt mal ein skandal video drüber mach ich geil dann mach ich noch ein anfangsvideo drauf mach ich ein drittes ja lass das mal machen so untereinander so gegen die fronten so solar und ich hier beefen der kutcher versucht mir jeden zwei CS oh ich komme bot lane oh oh ich brauche aber noch einen moment ok nevermind oder äh ja das nevermind ist dann wahrscheinlich der richtige call das richtige call der der Gesicht der der r 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 Ja, guck mal, wo ist das? Leamo Kucha. Ja. Si, Senor. Senor. Ich glaub das immer nicht, wenn man das nicht rollen kann, ey. Bad muss man sein. Es geht halt einfach nicht. Es geht einfach nicht so. So, warum kannst du kein Triple Salto jetzt machen? Steh auf mal ein Triple Salto. Wie bad muss man sein? Dann sag ich schon. Kein Thema. Ja, vielleicht ist R-Rollen auch Training, keine Ahnung. Nee. Ich glaub, das ist einfach nur so ein... Ich mein, jeder Spanier kriegt's halt hin, ne? Ja, weil die das so lernen. Jo, deswegen. Ich hab's sogar zu so'n... Frosom machen. Nee, ihr müsst das gegen den Gaumen trellen lassen. Ja, aber ich kann's eben... Oh, ja, 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 ja. Ich komm, komm, komm. Dann hast du das müssen. Boah. Wo die Töten? Gut, da ist aber keine Töten. Wo die Töten? Jo, wenig Schaden. Boah, ein bisschen durchgeballert haste. Mit dem ist. Ohhhh! Der wohnt der neiner! Ich hab wieder Bot. Roam der MF. Ja, ja. Die haben keine Jender-Ult mehr. Haben wir grad schon... Prox-Fix-Proxion rausgewendet. Der weiß... Was nevermind. Alter, ist der Damage... Unwitzig. Ha, ha, ha. Bryce? Quatsch. Oh, hier ist ein Pink-Wod. Jo. Pink-Wod? Ich bin da. Ja. What? Boah, das war bitter, ey. Was? Hast du dich kurz an Tower? Nee, doch lieber da hinten. Jo. Noch ne Ul. Ohhhh! No, wie close. Scheiße. Ich mag, ich hätte eins mehr tanken sollen. Ich bin einfach in ihrer... Ich bin einfach in ihrem Bodenschlag geblieben und wurde geslobt. Das war der Fehler. Scheiße. Oh, na, 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 na! Ohhhh! 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 Oh nice! Oh cool! Oh cool! Oh cool! Ja, so ist er wirklich einfach. Oh cool! Da ist er! Ohhhh! This is how it's gonna work! An die Leine mit den Jungen. Früher dachte man sich, wenn er ihm tötet, er hat mich outplayed. Jetzt denkt man sich nur, oh cool! So wie bei Anivia quasi. Ja, quasi. Hast du grad Anivia gesagt? Hm? Anivia. Anivia. Der ist aber disabled. Ja, wir gehen jetzt, wenn die wieder da sind, so heftig rein, Coach. Das ist klar. Ja, hoffentlich fortfahrt er doch nicht. Dann das direkt spritzt. Are you ready for anything? Watsch! Ja, der Win weiß was gemeint ist. Echt? Der Zola der... Da ist direkt spritzt. Er sagt die ganze Zeit gar nichts auf seiner Hand. Wern auf links. Ist halt die Lonely Island, was soll ich machen? Geht halt eins ab. Ihr könnt mal gerne in meinen Kommentaren Kappa Freight Spam. Toplane Lonely Island, deswegen brauchen wir manchmal eine Botlane Party. Komm hier, wurschwein. Jo, was mit Midlane? Weiddy, weiddy. Weiddy, weiddy. Weiddy, seid ihr ready? Ja. Weiddy ist mein zweiter Vorname. Ich weiß, ob du ready bist. Ja, ich bin sowas von ready. Ja, ich bin sowas von ready. Guten Tag! Hey, Rice is missed, der kommt Botlane. Das ist doch geil. Ich glaube, ihr seid tot. Ja, wir sind nicht aufzuhalten. Komm, wir pushen das Ding jetzt hier. Okay, na boy. Komm, wir bleiben hier. Komm, wir bleiben hier drin. Jawohl. Das klappt. Das war schon schief, ey. Wir bleiben so lange, bis wir einen Kill kriegen. Okay. Okay, ich mach sowas für dich. Ich insult mich in die Chinten. Ja, aber jetzt kommen sie alle zu uns, weißt du? Oh, Jo! Noll! Oh, die kommen wirklich alle zu uns! Ja, jetzt bait die zu uns. Spring! Also nicht aus dem Busch raus, ne? Zu euch! Ich bleibe im Busch. Beinfinger ist auf S. Wenn sich hier jemand zeigt, Alter. 40 Drache! 40 Drache! Mitte fällt! Ja, aber ich brauche mich schon! Der kommt. Irgendwann kommt ja einer. Und dann ist die Wave hier. Da kommt leider Busch bis hin und geht wieder. Jo, jetzt machen die halt mit lane. Ey, was ist denn mit euch? Team! Ja, ein guter Play muss lange vorbereitet werden. Ein guter Play! Drache! 15! Die werden jetzt Drake nehmen und dann kommst du runter und nimm die Wave! Nein! Alter, wir geben doch kein erster Feuer drauf weg! Wir ballern da jetzt rein gleich! Gut Lack! Aber erst pusht ja noch jemanden Bottling aus, weil die ist ja... Jo, ich bin drin! Boah, was gehst du denn da hin ohne Vision? Alter, du bist so ein Spastier! Komm, komm lieber! Komm lieber zu uns in den Busch. Wir sind drin jetzt, komm! Rein! Alter, jetzt geht's doch noch raus! Oh, meine Falson! Hä? Jetzt bleibst du wieder, dass ich rausgehe? Was? Ja, da war die ganze Aktion hier useless! War sie auch so? Oh, so eine schöne Shockwave, Alter! Du Wichskopf, Alter! Alter! Ich beleidige auch noch! Alter, unser Play! Ja, echt mal! Ich hab jetzt gesagt, hätte das funktioniert! Wieder reichen! Das ist halt so scheiße! Ah nein, ist okay! Das ist halt ein Bad, Alter! Oh, Leute, Leute, Leute! Ja, geh sterben, Alter! Alter! Ja! Für so einen Play, Alter! Du kannst direkt in die Tonne kloppen, Alter! Halt endlich die Schnauze, sonst hast du dich aus! Oh, sonst plackst du dir ein Pickel, oder was? Ja! Noch einer im Auge, oder was? Ich speckmogli, Alter! Da würde ich jetzt erstmal eine kurze Pause hier einberufen wollen. Mit der Stimmung kommen wir nicht weit. So, man muss schon wieder auf dem Club mit deiner Blase sein. Was ist denn dieses Beleidigen der immer? Arschloch! Weißt du, ich versuch hier das Play 100.000 abgibt! Einen Scheiß machste! Ja, und dann wird zwar viel gut! Alter, der Liede ist doch... Oh, Mann! Mit... Suna! Das schaffst du schon! Ne, mein Auge mutet! Äh... Ich fand das auch bei mir, Alter! Siehste? Meine Auge mutet auch! Hahaha! Ja, siehste, warum hast du gefeiertelt an meinem Play? Was? Wie OP ist der denn? Jo, das waren zwei Q's, der war tot! Also, wir kommen zu den Jungle. Das ist ein schlechtes Setz. Also, wir kommen zu den Jungle. Wunderfuck! Aber der hat auch locker so 3.000 Gold oder so. What the fuck, Alaa? Oh, den holen wir jetzt hier. Wenn Kutscher die Schockkollef mal trifft. Nee, war das lieber da, bis er pusht. Der hat keinen ab. Doch, der hat einen. Doch, hat er, hat er. Oh. Okay, Nomscheiß nehmen wir auch die Alte. Oh, ein Busch weiter. Okay, 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 okay. Jetzt bereiten wir mal ein richtiges Playfall. Ja! Och, Mann, Alter, wie schlecht! Warum verrätst du uns denn? Kacken-Mobli. Hahaha! Alter, dafür ist er reported. Ja. Kutscher raus! Weiß nicht, was der flammen soll. Das brauchen wir nicht gefangen, Alter. Ich will den Jerome wieder! Der war einfach... Der war gut, Alter. Nicht so ein Opfer. Weißt du, als Mitspieler wollte der Jerome haben, aber neben ihn als Nachbar würde er nicht wohnen wollen. Das ist der einzige Grund, warum wir überhaupt ein Spiel gewonnen haben heute. Ekliger Arsch! Blöd, Mann! Wo geht Poppy hin? Blöd, Mann! Halt ihn mal aus! Wot, wot, wot. Schade! Och, ich hol mir erstmal ne Bockwurst gleich jetzt. Ich dachte, Joder sagt, Alter, ich fühle grad ein bisschen weird. Der trönt doch! Das ist doch Inting! Wie soll man da in Flex 2 Leddern? Wir strengen uns so an hier und du klopst das alles in die Tonne! Der denn jetzt genau! Dann such dir doch nen neuen Support, wenn du jetzt so willst! Guckst dir die Items sogar! Nicht mal nen fucking Vision-Item hat er! Und dann trifft er nicht mal die Shockwaves, weißt du? Was willst du mit den Items, Alter? Jetzt inted der Soler auch noch! Ach, haltet doch alle euer Maul! Man, Mann, Mann, Mann! Es ist wieder so weit. Moment, Jungs. Zilton ist mein Job in diesem Team, ne? Ihr müsst ja schon ein eigenes Ding suchen. Also, ich treue mir. Aha! Ich bin für Soundboard zuständig. Also, ab grad! Oh! Oh, shit! Oh, fuck my life! Ich bin dahinter, komm! Da gehen wir! Jawoll! Dann wird grad hier nur Hand-off-Platz. Poppy ist nicht da, ne? Poppy ist nicht da! Alles safe! Und auf keine Eier. Natürlich auf den AD-Carry. Was auch sonst. Boah, ich hab noch cancel, Alter. Ich hab gleich Uldie, ich hab gleich Uldie. Das hätte der Jinn aber echt wieder ein Stück besser spielen müssen. Mann, Alter. Oh mein Gott. Treffer. Oh. Oh, da kam Handy. Wisst ihr, was mir am meisten auf den Sack geht? Das hier. Komm mal, komm mal. Lol, hat er dich runtergekickt, Alter. Oh oh. Ja? Ja? Das Kiting, das sitzt! Meine Q sitzen, Alter. Habt ihr überhaupt einen Skillshot? Nein. Dass du das fragen musst, Alter. Das ist halt echt krass. Was hat er denn gefragt? Der Zeitraum zwölf ganz krassig stundig. Ja, stimmt. Was, der Q einen Skillshot? Ich glaub, den gab's da wirklich, ne? Ja, natürlich. Als er released wurde, war er übel scheiße. Und ein halbes Jahr später... Der war übel Roken am Release. Nee, nee, nee. Man hat top gespielt. Und dann hat... Ich glaub, irgendwer... Shushale oder so hat diesen W-Max, W-E-Wolf und dann einfach nur Poken gefunden. Das war schon viel später. Loll. Das war schon später, aber... Als erstes war das ein Top-Lane-Champ. Da wurde noch gar nicht im Jungle gespielt. Und da war er im Mittelalter, wo der Mitte gespielt. Nee, das erst später. Am Anfang war immer noch Damage. Purer Damage mit Ignite. Gegen Olaf Match-Ups und so. Gegen Shy hab ich da zum ersten Mal gespielt. Ach du... Ne? Dann irgendwann Meter mit Alex ich und so was. Dann später. Ich meine, Mitte war der irgendwann Meter. Ja, dann war er ja. Mit Alex ich. Ne. Okay. Oh. 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 Oh, Jungs. Zwischen können wir euch wieder ult. Wir können fighten. Wie ist denn mit meinem Gesicht das? Ja, das denkt sich Lee auch. Ja, dann picken wir den. Guck mal, wir haben ult. Go. Go. Rein, rein, rein. Oh. Also ihr müsst dann nicht auf Kutsche hoffen, ne? Ne. Mach ja nichts mehr. Der macht nichts mehr. Wo ist nichts noch, Weiß? Wo ist nichts noch, Weiß? Warte, einfach fucking neideschreiten, weil ich der höchst Ratede bin. Haha. Ich will euch die ganze Nacht zocken, bis ich mehr Elo ab jetzt bin. Dann will ich nicht einfach... Haha, krass. Ich will auch nochmal AD Carry main. Haha. Ja, ist echt scheiße. Haha. Jo, hat der Disconnect? Treffer. Muss mal rein. Dann spielst du die Sin selber schuld. Oh. Gereckte Buse. Mann, Alter, diese Janna kaut hat mich schon extrem, ey. Oh, oh, fuck, ja. Neh mich. Ich nehm das nicht. Ich nehm das nicht. Ich hol los. Ich weiß es noch irgendwo. Ja. Wir müssen noch ein bisschen aufpassen. Ja. Wir müssen auf den Rice dann drauf. Auf den Rice. Auf die Witze. Da ist er. Exhaust ihn? Noch nicht, noch nicht. Ja, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Burn, boys. Hier ist noch mehr. Drache jetzt ab. Drache jetzt ab. Ja, nehm an den Drachen. Drache, 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 Drache. Ja. Die Klappe, Alter. Guck mal, gar nichts mehr, hab's dir gesagt. Hey, Kuscher ist unser Chef-Corder. Wer hat denn gerade engaged mit meiner Shockwave? Wissen, ihr seid immer nur am Grund auf dem DC. Na und? Er hat auf den richtigen Moment gewartet so. Hast du sauber gemacht? Was hast du gemacht, Kevin? AFK gewesen. Ich hab geulted und die John habe mir gekillt. Nöbelpunkte. 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 Echt? Echt? Ja. Ihr spielt doch die ganze Zeit, oder nicht? Wie können denn Platt Eich sein? Wer denn? Ach man, Kevin. Ach man, Kevin. Ich bin Diamond. Bosch. Bosch ab. Ich hab die Hälfte der Games. ECS ist vorbei. Ach. Du Wichser, Alter. Ich... Sei einfach ehrlich mit dir. Also ich bin einfach nicht mehr so gut, Alter. Ich bin einfach nicht mehr so gut, Alter. Tiltete. Let's go, boys. Ich hab's nicht mal in Master in der Season. Mann, Mann. Was ist Grafisch dran holen als Neu... Als Tablet. Der ist noch mehr Hardstuck gewesen als ich. Der 70 Games aus dem Diamond Film. Der ist richtig am Tilt. Der war richtig am Tilt, der Junge. Oh, hier? Oh, ja, ja. Ah, ich hab kein Ulti noch. Also Pflanzen main. Einfach Civ spielen. Das ist Entspannung pur. Oh, hier. Ich hab letztes Mal angeguckt. Dein Stream. Und dann so dieses Endgame. Alter, ist ja mal richtig tiltend. Da hätte ich schon längst aufgehört. Da ist mir zu viel, Alter. So richtig in Neuigen. Du warst übel viel zu erledigen, ne? Aber so ging's mir beim Erzmal auch. Hier, lass mal Baron machen. Das dritten Mal Endgame war das übergeil. Lass hier trappen, bis jemand kommt. Boah, der hat mich komplett überfordert, ey. Trabe. 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 Jungs, hier trappen. Dann nicht mit der Ulti rein gleich. Trapp. Ich geh da jetzt rein, Alter. Engage! Schade. Wo läuft's so lang, Alter. Ja, ich komm hoch, ich komm hoch. Das ist gut, das ist gut. Oh shit, alle hinterher. Ja. Mann, diese Kicks und diese... Oh! Da ist doch mal die Schockwiff, die ich sehen will. Baaah! Der Diamond 5 kommt von ungefähr, oder was? High-Rate, das ist ein Team hier. Mein Gott, ey. Alles muss man selber machen. Oh. Jetzt lass den Busch warten, bis er kommt. Oh, Baron. Baroni. Baronion? Baronion. Chase! Oh, wow. Hier. Wow! Oh shit! Oh, das ist halt der Low-Elo-Greet. Der Low-Elo-Briete? Der Low-Elo-Briete, ey. Das ist richtig Beleidigung. Wir sind noch Ultramanien. Wir sind noch Ultramanien. Wir sind noch Ultramanien. Ja, wir sind noch Ultramanien. Ich hab meine Crew. Oh, Lappen. Willst du mich töten? Ich hab meine Crew. Willst du meinen Schatz? Was? Komm und hol ihn dir. Komm, 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 komm. Baaalu. Schön. Ich hab vergessen. Schön. Das gibt 10 Vayne-Punkte. 10 out of 10. Kacke. 10? Boah. Das kommt ja weh. Wie haben wir denn noch kein Redemption? Unserem Supporter. Frag mal Jonny, warum er es noch nicht gebaut hat. Ich bin aufkar. Ja, da haben wir recht. Ich bin aufkar. Schön, Kutsch. Du bainest uns von wegen Rihanna. Hier geiles Schild und dann First-Item-Lich-Bain. Ich auch so. Ich dachte, du bist immer das Kind, Alter. Maximale Schildgröße ist dein Ziel. Ich seh schon. Ich hab halt mitten im Game eingesehen, dass es bringt euch zu Schilden. Alarm, Alarm, Alarm. 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 Das hilft alles nichts. Das hilft alles nichts bei dir. Das stimmt. Boah. Was denn? Wir gehen einfach noch mal rein mit Kevin's Ult, dann geht das. Wenn das dann nicht wieder verpackt. Guck mal, das war perfekt dieser Flank. What the fuck? Wir werden da für einen Kill nehmen. Nee, nee. Wir haben nicht gerechnet. Aufkar. A. F. Wir haben wenigstens eine AP-Chance. Oh, die Wave-Bot-Lane. Oh, da geh ich hier mit der Ulti. Mhhh. Versuch's doch. Ich bin Vayne. Pass mal auf. Pass mal auf. So lasse dich. Wow. Was hab ich erwarten, bis wer kommt? Ich hab aber auch gedacht, dass es spektakulärer ist. Jetzt lassen wir all in, Leute. Ich bin dabei. Warte hier, bis jemand kommt. Warte, ich muss halt hier kurz bischen. Top. Top. Wir müssen... Ich spiele so scheiße. Jetzt gewöhnen wir uns das an, so kacke zu spielen. Und dann sagen wir, King of Spannung auf. Ja, komm. Boah, einfach keine... Egal. Boah, ich bin jetzt ziemlich dick. Oh, nein. Ach, was? Bis bisher wieder anfängt. Scooter Diamond 4, Alter. Johnny, so geht das. Ja, ja. Aber dann wieder alles verlieren, wenn er sie es reguliert hat. Ha! Boah, ich hab keine Schuhe. What the fuck. Hier war nicht Sinn. Hier ist das nicht Kevin. Warum hab ich keine Schuhe? Ich bin back. Warum? Schuhe kaufen. Ich hab die Krabbe. Der ist irgendwo hier. War noch am Rumeiern. Oder da ist der Baron Pit rübergejumpt. Ich hab bestimmt jetzt hier irgendwo, weil bis Johnny ein Face checken dann. Ja. Oh, hier ist ein Ulti. Oh, guck mal. Johnny ist tot. Jonas ist tot. Jonas Schmidt? Mann. Jonas Ripp? Von links kommt right. Du bist tot. Ich komm. Ach mann. Mann, das war voll die gute Ult eigentlich. Oh. Als ob der Jhin das überlebt hat. Der Jhin hat null HP, ne? Äh, noch gute Ulti? Nimm den Jhin. Nimm ihn! Nimm ihn! Dieses... Team, die sind hier alle low. Ja, der Blatt macht das schon. Ich hole die. So viel Zeit raus, wie du kannst, mein Junge. Wat? Geh hier rum und zieh den Nest? Ne, du hättest was gehört. Die sind low, mach die doch einfach nass. Ja. Und raus. Falsche Richtung. Komm. Ja, jetzt warte hier. Juke dat. Und jetzt, ja. Ach, scheiße. Egal was du machst, alles ist richtig, solange du nicht den Botlane fern nimmst. Oh, yeah. TP dahin. Sofort, Kevin. Botlane. Zehn Sekunden. Die freuen mich einfach immer noch, ey. Was ist los mit denen? Ganz ruhig. Erstmal jumpen. Ja. Was für nichts. Oh eh damage, Junge. Mein Farm, nicht deiner. Junge. Johnny ist tot. I call it now. Ja. Nur weil du auf meinen Farm gerietest. Jo. So. Wie er jetzt rennt. Du bist noch nicht safe. Du bist noch nicht safe, Johnny. Geh noch ein Stück weiter. Du bist nicht safe. Wir haben keine Vision, Johnny. Pass auf. Hey. Das macht mein ADC auch immer so. Das ist richtig. Hm. Hm. Äh. Ich wohne auch nicht hin. Ich muss ja erstmal die Ultimate treffen, ne? Well, maybe I am. Nicht nur die. Jo. So, Jungs. Julg ist wieder ab. Kann wieder losgehen. So, mal Abfahrt. Ja. Oh, nur ein halbes Level. Halbes Level. Halbes Level. Noch was GA. Geil. Dann geht's ab. Ja. So, wollen wir mal die Kiste zu machen? Ja. So, wollen wir mal die Kiste zu machen? Komm, wir wollen jetzt top lane und kill die Poppy. Komm, wir wollen jetzt top lane und kill die Poppy. Oh, und die wollen mich sogar hat. Das ist ein schöner Bait hier. Hey, ich hatte irgendwas deaktiviert. Die haben das gesehen. Egal. Das ist deaktiviert. Das haben wir das nicht gesehen. Auf Lie, auf Lie. Wie ist das? Wir würden uns hier... Da ist noch mehr. Hier hinter uns ist der Rise. Das müssen wir nur... Lass doch mal zu Kevin gehen. Hey. Da kommt ein bisschen alles, Kevin, ne? Nee, nee, nee. Ja, das ist ja... Das ist ein schönes Gebet. Das ist ein schönes Gebet. Das jumpt da nicht rein, mein Junge. Jumpt da nicht rein. Ich will den da schon sehen. Ich will den da schon sehen. Oh, ja, ja. Die Ritze. Ich, ich tank sie hier. Hab ich. Hier, der liegt. Ah! Neh mich. Keine Herausforderung. Hier unten ist irgendwo Rise und... ...die ist hartleid. Keine Gegner. Hier ist der Rise. Ach, lol. Let's, let's. Aber jetzt zeig ich euch mal, wie wahres Vayne-Spotting funktioniert. Oha. So ein schönes Ding. BAAAH... Mit Redemption wären sie tot. Da. Was stell mir vor, hatte was anderes außer Lich Bait, ey? Hast du ihm geprogt überhaupt? Was war dat denn? Was? Was? Oh, ich brauche jetzt nicht jeden von euch. Ja, aber denkst du, damit wird's besser, oder was? Wir haben einen kill, ne? Damit ihr mal seht, was ihr in mir habt. Ja, nix. Echt? Team! Bin ich nicht okay, diese Flame. Ach du Scheiße. Ach, Mann, ey. Ach, der noch Kick! Ja, natürlich. Oh, Mann. Max geht in Mitte. Das machen wir noch, das machen wir noch. Juma, ich hab Play hier seit 1972. Ja, 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 ja. Ja! 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 Ja, mach weiter! Nee, nee, ich mein Max. Hier, Lola! Ulti und rein! Juma, was ist mit deiner Ulti? Alter, ist die kaputt, oder was, die Taste? Hä? Wieso soll ich denn? Alter. Max, mach weiter! Guck, guck doch! Juna, du kannst doch one-shotten! Deine Mutti one-shotte ich, ey. Alter, das tut weh, ey. Alter, du tust weh, ey. So, jetzt mach ich Rise, pass mal. Ja, das Kiting, das Kiting! Das ist Lola Rodriguez, der Wackelkopf! Das ist er doch! Aber nicht Ulti wollen! Das ist mein Junge! Alter, der lieber im verfickten Bosch! Den kann ich nicht Wonshotten! Deswegen zündet man das erst hier, wenn er hier ist! Hey, wie wär's mit ihm Lob, Alter? Ich war übel stolz! Ja, Lob, da suche ich in der Zeit drei Games nach und krieg nicht! Das ist ganz stark gemacht! Gehen wir für einen Baron, oder was? Was Baronin? Jajajaja, da suche ich mich! Oh, one-shot-in! Schade! Ja, komm! Mach' mal, komm! Mach' mal den Baronin! Mach' mal den Baronin! Mach' mal so'n Pflänzchen hin! Da sehe ich doch direkt das Ding bei Watson! Ja, ich bin dran! Shield! Bitteschön! Okay! Die ist aber da! Ja, der Nidia läuft jetzt los! Wir haben einen Erddrafen, Leute! Ja, der Windstopp wenn er reinkommt! Quatsch! Windstopp! Wir machen das jetzt hier rein! Und... Burst! Zack! Das ist Hand of Blood! Haben wir, haben wir, haben wir! Oh, schade! Also geh' ich rein! Komm' Ulti! Alle hinterher! Oh yes! Scheiße! Oh doch! Zum Glück wären wir nicht ganz so schnell, Leute! Wow! Ich bin ein bisschen... Spann' da, Jungs! 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 Komm' drauf auf'n Tower! Äh... Hab' ich! Hab' ich! Was ist das denn? Was ist das denn? Alles gut, alles safe! Alles safe! Komm' drauf jetzt! Kutscher war unsere Opfergabe! Ah! I need help! Warum wollt' ihr ihn jetzt unbedingt wieder'n Play machen, Alter? Na gut! Spring' auf'n Gin! Jo, wenn er rauskommt! Jetzt! Jetzt! Oh! Boah, hat er gesehen! Dann nehmen wir den Patrick! Ja, du hast Lack! Jungs, da sind zwei! Wut! Alter! Alter! Alter, Mann, warum gehen wir denn nicht einfach zurück, ey? Da wird das spannende... Mach' dann mal den Kutscher! Warum denn ich? Ja! War das ganz schnell! Was hat denn das Play jetzt mit meinem Tod zu tun? Kutscher, ich höre nur ausreden! Ich finde... Du hast dir ein bisschen zu Kopf gestiegen! Alter, ihr wollt's wieder wissen, ne? Alter! Oah, oah! Ey, stell' mir so vor! Nimm du den und dann jemand mit rein! Ich stell' mir so vor! Jemand hört das oder jemand schreibt, rein! Ich bin rein in Folge zum Einschlafen! Da macht Gutscher da! ja du hast ja wenig schaden anreist dann nur entfernt zum einschlafen kitt ihn doch meine nase juckt gerade vor ja ein auto wenig schaden wenig gleich ulti vier sekunden ja dann macht die lang wobei ihr seid hat ohne mich ich bin nicht da danke fürs blöcke ich bin nicht da ja ich hab noch jay weiß ich nicht okay wir kommen wir kommen jetzt auf jona jona trotty ich komme auch nach jona schmidt ja sicher sicher beendet jetzt die kacke das war für den farm jungs sollen wir in den busch warten bis die kommt komm hier die auch kommen wir machen das jetzt dicht hallo macht doch mal dicht jetzt den laden ich hab noch andere sachen zu tun heute ist das ladenschloss jungs jungs jetzt erst mal das ist mein comeback erwarte ich das machen wir alleine das muss man sich geben ja ja komm komm okay machen wir finish einfach machen wir dichter ding rein donny ich weiß ja nicht aber ich glaube das wird nix leer schade schade Schade. Leute waren wieder geile Teamleistungen, gut die Synergy gezeigt. Auf das nächste Mal. Schreibt doch in die Kommentare wie wir noch unser Teamplayer und unsere Kommunikation untereinander verbessern können. Und ansonsten schreibt es auf unserer Facebook-Seite, der Thomas beantwortet das aus der PR. Kritik ist immer gern gesehen Leute, vergesst das nicht. Und kauft mein Merch, tschau. Tschüssi.